Mein Fein, so wie du, so will ich sein, U-H-G, du bist einfach der 1-2-Fein! Ich bin ein Fein, so will ich sein, U-H-G, du bist einfach der 1-2-Fein! Ich bin ein Fein, so will ich sein, U-H-G, du bist einfach der 1-2-Fein! Und da müssen wir auch über Steve Kroll sprechen! Masaila, die Entdeckung der Saison, der in der Rückrunde mit seinen muskulären Problemen gar nicht mehr in einen Drive gekommen ist. Und der nimmt sich jetzt so ein Herz! Die Klärungsaktion vorher echt okay, aber es ist eine Annahme mit der Brust und dann ein ganz trockener Volley-Abschluss von Luca Masaila. Das war ein flatterer Mann und Kroll kriegt zwar die Faust hoch, aber das ist weit weg von einer Parade. Und was für ein wichtiges Tor für die Spielvereinigung unter Aachen! Klaus, Kiyomo Zoglu wird da abgeräumt von Rahn! Klaus, 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 Klaus... Und Lotte verdattelt schon wieder den Ball. Und hier ist die Entscheidung. 2-0. Orestis Kiyomo Zoglu. Und Dahaching hat das Toreschießen wieder entdeckt. Wie lange mussten sie hier warten im Sportpark, um zwei Tore zu sehen. Und so ist es passiert. Kroll versucht da irgendwas und macht alles falsch. In die Füße von Müller und Kiyomo Zoglu. Das ist das Aller, Aller, Allerleichteste für einen Offensivmann. Und so hat es die Bank erlebt. Der Spielvereinigung unter Dahaching. Klaus Schrom, wenn es für die Freude nicht mehr reicht, aber die Erleichterung ihm trotzdem komplett von der Körpersprache abzulesen ist. Dieses 2-0 durch Orestis Kiyomo Zoglu. Sein zweites Saisontor. Zieh! 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 Ich geh auf den Zaun, Bruder. Bruder, dieses Feeling. Oh, meine Kamera ist zitternder voll. Ja, Schimmer, Schimmer, Witze, Schimmer! Ja! 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 Klasse lang! Ja! Ja! Schimmer! Ja! Schimmer! So, und das ist kein Abseits. Stefan Schimmer, da kann er sich mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen abholen. Der hat ja so lange nicht getroffen. 3 zu 0 für Unterhaching. Stefan Schimmer, elf Spiele lang ohne Treffer. Und deswegen kommen sie alle zum Feiern. Der verlorene Sohn hat mal wieder einen reingemacht. Heute der Ich bin so, ich bin so, ich das didn't. Ich bin so, ich bin so, ich bin so ihm und so und so. Huinmed 謝謝, ich bin so Sigurd, lifting in den Telworth Die Vorstand steigt niemals ab, steigt niemals ein. Was geht ab? Die Vorstand steigt niemals ab, steigt niemals ein. Hey! Hey! Hey!